Herzlich Willkommen hier bei TV Rhein-Terrasse beim Dankeschön-Konzert mit Hansi. Hi. Wie geht es dir? Bist du aufgeregt? Danke. Ich bin ... aufgeregt nicht, aber total gespannt und freudig gespannt. Und ich freue mich total. Und ja, lass mir es ruhig ein bisschen aufgeregt sein. Das ist ja dein erstes Konzert in Bodenheim mit deinen eigenen Liedern, stimmt das? Jawohl, das stimmt so. Wie erwartest du die Reaktion? Ich erwarte gar nichts. Ich freue mich nur, meine Lieder spielen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich so überzeugend bin, dass die Leute schöne Reaktionen haben. Wir freuen uns auf jeden Fall schon total drauf und sagen dann Konzert ab! Wir freuen uns auf jeden Fall. Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Bodenheimerinnen und liebe Bodenheimer! Liebe Freunde! Liebe Freunde! Angeflogen aus den tiefen Höhlen der Salzburger Bärs ohne genau zu wissen, wo die Reise hingeht. Setzte Hansi, noch gebeutelt von den Turbulenzen der Gefühle, seine Landung in dem schönen Örtchen Bodenheim an. Dieses wundervolle Örtchen Bodenheim mit seinen lieben Einwohnern ist gesegnet mit herrlichem Mädchen, goldenem Wald. Sind dir befieden, dir Bodenheim. Hansi möchte sich mit diesem Konzert bei allen Freunden und Unterstützern, die heute gekommen sind, für die Zuneigung, für die Unterstützung und für die Hilfe aus tiefstem Herzen bedanken. Nun möchte ich Sie einladen, mit mir ein Stück weit diesen Traum mitzufliegen. Mitzufliegen, euer Hansi. Hey du entschuldige, ich hätte so eine Frage. Ich kenne da einen Typen, eine unnütze Plag. Ich würde ihn gern sprechen, doch er kann mich nicht hören. Ich glaube grad der Mitmensch, der tut ihn recht stören. So frag ich mich, ist das Verstehen halt so schwer. Über die Ohren hin zum Hirn, ist doch leicht, bitte sehr. Jetzt schau ich genauer, ha, jetzt ist mir klar. Sein Kopf, der hat keine Nase, kein Auge und auch kein Ohr. Ja, was seh ich denn nun? Hier, wo sie denn nun? Aorschall, aorschall, aorschall bist du. Und zu dir passt eine bessere Hälfte optimal dazu. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall seid ihr. Wann ich euch seh, verzeih ich's ja, ihr kennt's ja nix dafür. Ja, gibt's denn das wirklich so ein blödes Gesicht, dass er sich mit Klopapier die Nase abwischt? Das Grinsen des Falsche, Gemeinheit in Person. Unter der Woche saulästig und am Sonntag Kommunion. Ein Gespür wie ein Panzer, ein Herz wie ein Stein. Komplexe in Mengen, damit ist er nicht allein. So passt für euch beide, no woman, no cry. Glücklich im Gemeinsein, denn die Dummen sind zwei. Ja, wo sie denn nun? Ja, wo sie denn nun? Und jetzt ab! Aorschall, aorschall, aorschall bist du. Und zu dir passt eine bessere Hälfte optimal dazu. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall seid ihr. Und wann ich euch seh, verzeih ich gleich, ihr kennt's ja nix dafür. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall. Ja, wo sie denn nun? Ja, wo sie denn nun? Und jetzt alle! Aorschall, aorschall, aorschall bist du. Und zu dir passt eine bessere Hälfte optimal dazu. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall seid ihr. Und wann ich euch seh, verzeih ich gleich, ihr kennt's ja nix dafür. Alle zwei Mal! Aorschall, aorschall, aorschall bist du. Und zu dir passt eine bessere Hälfte optimal dazu. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall seid ihr. Und wann ich euch seh, verzeih ich gleich, ihr kennt's ja nix dafür. Zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall, zwei Ohrschall. Und eins konnexum, das Leben! Das Leben ist schön, du brauchst nur verstehen, wo dein Herz und deine Sehnsucht dich noch hinführen. Dein Leben ist schön, zusammengesteh'n. Amen, Amen, da feiern wir heut' unser Leben. Heute wird der Tag der Tage für dich sein. Maria, du, hau! Wirst heute alles schaffen, hau dich rein in dein Leben, was allein nur du bestimmst. Greif nach den Sternen, welche du dir alle nimmst. Das Leben, das Leben ist schön, du brauchst nur verstehen. Hansi, der erste Teil von dem Konzert ist ja jetzt rum. Wie war's für dich? Saugeil. Also, ich war voll glücklich, dass so viele Leute da waren und die Leute haben mitgemacht. Und ich war endlich mal in dem Element, wo ich hin will, dass ich meine Lieder spielen darf. Und natürlich, dass ich Leute mitreisen will, bleibt immer in einem drin. Aber dass das so gut ankam, freut mich extrem. Geil war's. Wir haben grad gesehen, du hast Autogrammkarten geschrieben. Waren das deine ersten oder kam das schon öfter vor? Ne, selten. Früher waren's noch Bierzettel oder kleine Kinder dann. Aber jetzt kommen wirklich erwachsene Menschen und wollen ein Autogramm. Ja, toll. Das ist schön. Dann wünschen wir dir noch viel Spaß beim zweiten Teil und dass es weiter so steil nach oben geht. Yes. Und damit gehen wir zurück. Das Leben ist schön. Du brauchst nur verstehen, wo dein Herz und deine Sehnsucht dich noch hinfüllen. Für das kommt dein Leben. Dein Leben ist schön. Zusammen wir stehen. Arm in Arm, da feiern wir heut unser Leben. Ich habe eine Liebe." Du brauchst nur ein bisschen.